Moin Eschede, an diesem super Frühlingswochenende sind wir mal kurz und heftig auf Sendung. Befreit von den Fesseln des staatlich geförderten Breitbandausbaus gibt Vodafone bei der Glaswasserversorgung in Höfer jetzt richtig Gas. So stellen sich die Menschen den vielbeschworenen Deutschland-Takt vor, Mainzelmännchen an allen Enden des Dorfes. Parallel wird auch ordentlich gebuddelt fürs Dorfwärmenetz, das bald auf 180 Hausanschlüsse kommen soll. Ziemlich einmalig in unserer schnelllebigen Zeit. Seit 50 Jahren ist Andreas Kraler aus Eschede jetzt die rechte Hand von Meister Breese in der Schadoster-Landtechnik-Werkstatt. Zum herausragenden Arbeitsjubiläum des erfahrenen Altgesellen kam eine große Ferngemeinde zur feuchtfröhlichen Jubiläumsfeier in die traditionsreiche Dorfschmiede. Alle sind sich einig, Andreas, du musst weitermachen. Mit unserer Unterstützung schaffst du auch die 60. Mal die Frage an den Jubiläum. Wie war das am ersten Tag? Am ersten Tag war morgens was kalt und Tag über schön warm. Auch das war nicht viel. Es war ein Montag. Und ein Montag. Und was musstest du machen am ersten Tag? Ölwechsel am Schlepper von unserem Nachbarn Rudolf Geiser. Viel Luft für Neues hat es in der Schadoster Ortsmitte gegeben nach dem Verkauf des Alpshofes. Die verbrauchte Substanz des 200 Jahre alten Wohntraktes wurde nach Bergung kleiner und großer Erinnerungsstücke nach einem gelungenen Hofflohmarkt abgerissen. Diese Zeitreiferaufnahme von Käufer Thorsten Hake dokumentiert das eindrucksvoll. Schön, dass fast alle übrigen Dorfbild prägenden Gebäudeteile des Hofes erhalten bleiben und neue Funktionen bekommen sollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017